Ungewissheit in der transatlantischen Partnerschaft, anhaltende Differenzen innerhalb der Europäischen Union, Migrationsbewegungen aus verschiedenen Teilen der Welt. Im Jahr der Bundestagswahl steht Deutschland vor enormen Herausforderungen. In diesen unruhigen Zeiten möchte der BDI, der Bundespolitik, Handlungsempfehlungen aufzeigen, die für wirtschaftliche Stabilität sorgen. Wir haben deshalb Politikfelder wie Digitalisierung, Globalisierung, Energie- und Klimapolitik analysiert. In unseren zehn Kernbotschaften haben wir zusammengefasst, wie wir Zukunfts- und Wettbewerbsfähigkeit industrieller Wertschöpfung in Deutschland erhalten und weiter ausbauen können. Dies ist unser Beitrag zur Neujustierung der politischen Agenda. Mit Fakten und fundierten Argumenten. Als Wirtschaftserklärer. Als Stimme der Industrie.